Sigrid Hackenberg war eine deutsche Schauspielerin und Kabarettistin. Leben Sigrid Hackenberg spielte zunächst in Berlin Theater, so 1956 im Renaissance Theater in der Uraufführung von Joachim Wichmanns Stück Wenn der Weg endet oder 1959 in einer Freilichtinszenierung von Schillers Jungfrau von Orleans auf der Freilichtbühne Reberge. 1965 gründete sie mit ihrem Ehemann, dem Schauspieler Alexander Welbert sowie Dieter Kursave, Doris Birett und dem Autor Volker Ludwig das Berliner Reichskabarett, an dem sie auftrat und Regie führte. Ab Ende der 1960er Jahre stand sie auch auf Hamburger Bühnen wie Z.B. 1969 im Jungen Theater, dem späteren Ernst-Deutsch-Theater, in den Stücken der Floh im Ohr von Georges Feideau unter der Regie von Eberhard Möbius oder Blues für Mr. Charlie von James Baldwin. 1974 kam sie ans deutsche Schauspielhaus, dem Hackenberg bis zu ihrem frühen Tod verbunden blieb. Hier spielte sie U.A. in Shakespeare's Wie es euch gefällt, in der Kleinbürgerhochzeit von Berthold Brecht oder Dario F.O.S. Komödie bezahlt wird nicht. 1975 sah man sie neben Willkwart Flick, Maria Wimmer, Uwe Friedrichsen und Gerd Bergmann in Rudolf Nöltes Inszenierung von Eines langen Tagesreise in die Nacht von Eugene O'Neill. Ferner in Googles Revisor und der Offenbach-Operette La Perigule. Gelegentlich arbeitete Sigrid Hackenberg auch für das Fernsehen. Nachdem sie 1956 in einer Märchenverfilmung vom Tischlein-Deck dich ihr Debüt vor der Kamera gegeben hatte, war sie insbesondere in den 1970er Jahren in bekannten Serien wie Dem Täter auf der Spur, Hamburg Transit oder Sankt Pauli Landungsbrücken zu sehen. Einer ihrer letzten Arbeiten war die Rolle einer Haushälterin in der Reihe Operettencocktail, in der Elfie von Kyle Kreuth und Fritz Mouillard Melodien aus Opern und Operetten präsentierten. Sigrid Hackenberg erlag 44-jährig in Hamburg einer Krebserkrankung. Sie hatte mit Alexander Welbert einen gemeinsamen Sohn, den Schauspieler, Regisseur und Filmproduzenten Douglas Welbert. Filmografie 1956 Tischlein-Deck dich 1958 Gestehen Sie Dr. Coder 1961 Morgen vielleicht 1963 Kleine Störung 1964 Die Schneekönigin 1966 Hurra, die Rettels kommen 1966 Wie lernt man Reisen 1967 Der Revisor 1967 Kaviar und Linsen 1967 Tragödie in einer Wohnwagenstadt 1969 Die unverbesserlichen Punkt und ihre Menschenkenntnis 1969 Nachrichten aus der Provinz 1969 Partygeschichten 1969 Ein Jahr ohne Sonntag 1970 Mit voll nass ins Glück gehupt wie gesungen 1972 Tatort Kennwort Gute Reise 1973 Dem Täter auf der Spur Stellwerk 3 1973 Hamburg Transit Camping mit doppeltem Boden 1975 1975 Tadellöser und Wolf 1977 Lokalseite unten links Nichts geht mehr 1978 Die schöne Marianne Die Leute aus dem Wald 1978 Gesucht wird Ole Jansen 1978 Der Geist der Mirabelle 1979 Perichole 1979 Sankt Pauli Landungsbrücken Kleine Hexe 1980 Ein Kapitel für sich 1980 Tatort Hände hoch Herr Trimmel 1980 Operettencocktail 1981 Mit Gewissenhaftigkeit und Würde Hörspiele 1949 Schloss Gripsholm Regie Friedrich Joloff 1949 Reklamationen zwecklos Regie Nicht bekannt 1957 Die Reise nach Italien Autor und Regie Heinz von Kramer 1957 Macbeth Übersetzung Bearbeitung und Regie Ludwig Berger 1960 Der zerbrochene Krug Regie Karl-Heinz Riepenhausen 1963 Kasimir und Caroline Bearbeitung und Regie Hans Lietzau 1973 Der Bettler und die schöne Regie Günther Siebert 1973 Ballade von einer Straßenkehrerin Regie Matthias Kulitik 1975 Der Bonze Regie Gerlach Fiedler 1978 Dichten und Trachten Realisation Heinz Horst nicht Gerlach Fiedler 1978 Hausbesichtigung Regie Hans Rosenhauer 1979 Knuff Regie Hans Rosenhauer 1980 Das Indiz Regie Gottfried von einem 1980 Morgenluft Regie Jörg Schennings Jahrhäuser Jörg Schennings